Hallo. Guten Tag. Hallo. Eingepackt, oder? Throwback ist ein Song über die schönen Momente, die man erlebt hat, auf die man sich noch mal gerne zurückerinnert. Hier im Video geht es darum, dass man in so verschiedenen Dekaden zurückgeflasht wird. Und Marvin und Stephanie haben sich so einiges sehr, sehr Spannendes hier überlegt, um das Ganze umzusetzen. Das war's für heute. Shave your beard. Shave every day. Shave every day and you'll always look clean. We're shooting the very first shot of the video. Marvin is on a forklift, all the way up there. I'm laying on this old Ford and then he comes down with this forklift and then, yeah, we kick off the video. Ich arbeite sehr gerne mit Marvin und Stephanie, weil Marvin nimmt sich so eine fixe Struktur vor, innerhalb es aber auch Freiheiten gibt. Wenn ich das Gefühl habe, wie wäre es, wenn man vielleicht das und das noch hier einbaut, dann ist er sofort offen. Der Plan ändert sich gerade. Wir machen es jetzt mal rückwärts. Wir machen die Kamera nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Das ist dann ein Schnitt, den ich sehe, dass wir Tänzer haben, die dann reinkommen. Marvin Säun wünsche ich mir zum Geburtstag. Hallo, Stöther hier. Ich wünsche uns an wegen des Gabelstaplers, den sie inseriert haben bei ebay-Kleinanzeigen. Wir wechseln jetzt auf das rote, dann werden die Shots noch besser. Die schlimmste Teil der Videos ist, dass du den Schritt aufhörst. Für mehr Zeit, neue Jobs, ja? Wir müssen uns aufhörst und aufhörst. Ich habe die Calle. Ich habe die Calle, ja. Ich habe die Calle, ja. Du bist bereit für die Kinder in New York City? Ich habe gesagt, no problem. Wir tanzen und haben ein sleepover. Ich habe zwei sleepover in New York. Ich will versuchen, ein altes Poster von mir zu finden, um auf dem Wall zu halten. Als ein Throwback. Wo bin ich? Ich denke, dieser. Dieser hier? Ja. Let's do the smile test. Nein. Nein. Nein? Nein. Nein. Es ist der hier. Dieser hier? Sicher? Ich weiß nicht. Oder der hier. Ich weiß, ich bin nicht Lady Gaga. Aber es ist Lady Patty. Wir haben drei Uhr vierzig. Zeit zu schlafen. Gut da. Wir drehen jetzt noch. Wir drehen noch vier Mal. Drei in Omaha. Drei in Omaha. Drei in Omaha. Det ein Das Steffi macht einmal der Akkuwechsel. Während er ein Video dreht, schneidet er, was das heißt. Er ist schon im Schnitt, während er filmt. Und wenn er merkt, ich brauche irgendwas anderes oder das geht besser, dann wird noch mal gedreht. Wir sind gerade in den 70ern und swipen jetzt nach rechts hin. 90ern. Das ist ein Wrapp! Es ist ein Wrapp! Das ist ein Wrapp! Das ist ein Wrapp! Nice job! Nice!